Das ist ein wundervoll Abend. Du bist so romantisch, wenn du zu viel getrunken hast, bist du immer so schön romantisch. Das ist gut. Ihnen hat es geschmeckt, war alles in Ordnung? Ja, sehr, sehr lecker, vielen Dank. Ihnen auch? Ja, danke, war ganz okay. Darf ich Ihnen vielleicht noch etwas zum Nachtisch anbieten? Vielleicht eine Käseplatte? Käseplatte? Ja, wir haben im Moment ein paar sehr gute französische Rohmilchkäse zur Auswahl. Weil ich eine Ratte bin, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte Ihnen lediglich einen Nachtisch anbieten. Ist ja lustig. Ich guckte auf die Dessertkarte, da sehe ich tausend andere Sachen. Panna Cotta, Tarte au Chocolat, Creme Brulee, haben Sie mir alles nicht angeboten. Wolf, bitte. Judith, ich will das jetzt wissen, ich werde hier diskriminiert. Entschuldigung, ich versichere Ihnen, dass es nicht meine Absicht war, Sie zu diskriminieren. Was können wir der Ratte denn mal anbieten? Natürlich, den Käseteller. Wir haben ja bestimmt noch irgendwo einen uralten Harzer, der ist genau richtig für die Ratte. Wolf, das ist peinlich, jedes Mal, echt. Du hast gut reden, um dich geht's ja nicht. Ich versichere Ihnen, es war nicht meine Absicht, Sie zu diskriminieren. Sie müssen sich bei meinem Mann nicht entschuldigen. Er ist paranoid. Ich bin paranoid? Ja. Ich bin paranoid? Judith, würdest du dich bitte mal umgucken? Niemand hat hier einen Käseteller, aber nein, der Ratte, der wird natürlich ein Angeboten. Den Käseteller biete ich immer an. Danke, Rolf. Vielen Dank für diesen tollen Hochzeitstag. Judith, bitte. Es tut mir leid, ich wollte wirklich nicht... Ist schon gut, ist nicht Ihre Schuld. Vielleicht bringen Sie mir doch diesen Käseteller und das restliche Essen bitte einpacken. Welches restliche Essen? Von den ganzen Leuten hier, die Essensreste. Also der, äh, der Abfall, aber diskret. Sehr gern. Ja, guten Tag. Guten Tag, wir sind von der Hilfsorganisation SOS Bonzendörfer. Hätten Sie vielleicht Interesse, eine Bonzenpatenschaft zu übernehmen? Eine Bonzenpatenschaft? Ich hätte hier eine Broschüre von uns, können gern noch mehr haben.